Verwandelt Keks in einen Doppelkeks? Ja. Fertig! Fertig! So kann man trainieren. Ihr müsst euch mal die Level anschauen, ne? Also, jetzt wird's ein bisschen böser. Liz, was der... Ich muss lachen. Ja, ich kann doch nichts dafür. Warum soll ich mich mit den Wirrmann hier zufrieden gehen? Guck, ich mach's jetzt nochmal. Jetzt geht's nicht so schnell. Bitte? Jetzt dauert's ein bisschen länger. Die sind jetzt im gleichen Level, ne? Okay, die sind... Oh Gott, die sind mit dem Wegzug. Das tut jetzt schon hier echt schade. Toll, da konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. Hey! Ich krieg halt auch Schaden wegen meiner Form hier mit dem Margin. Oh Gott. Vin Hero, dankeschön für deinen Recep. Dankeschön für vier Monate. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Danke, danke. Ich hoffe, ich schaffe es noch, bevor ich jetzt hier keine Heilsache mehr habe. Das ist jetzt ein bisschen doof in der Form. Ich versuche, schnell zu sein, aber... Oha! I can't believe it! I can't believe it! Boah, wie lange lebt der denn? Geh mal schneller, ich habe kaum noch Heilsachen. Meine Güte. So, hier kriegst du nochmal einen Hype. Danke nochmal für den Resub. So, in der Form ist das aber echt scheiße. So. Das haben wir jetzt auch gelernt. Sehr schön. Ich weiß nicht, das ist nicht so. Wenn wir jetzt auch sein, kann ich auch lebt. Das ist das ist auch ein bisschen eigentlich. Oder schreie? Das ist auch nicht so. Das ist die Haus und die Vorhandlung. Gibt's glaube ich jetzt auch nicht, Das ist auch mal wie padres. Ich würde mir nur sagen. Ich würde mich, auch mal Carl. Und über dije mal, Ich würde mich, auch mal arbeiten. Das war ja nicht so. So, das war ja nicht so. Das ist alles, oder? Ich könnte es auch nicht verletzen, während ich kann. Ich weiß, ich weiß. Das heißt, er denkt, dass du eine lustige Gesicht hast. Oh-oh. Oh, ja. Oh, lass mich doch mal hier Final Flashen. Ich weiß, die Stimme einfach so gut. Du blöde Madel. Jetzt hat er mich schon wieder hier. Chupa-Chups. Und greife als Bonbon an. Ja. 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 Ich hoffe, jetzt kommt die eine Szene, die ich damals cool fand. Ich finde das so cool, was gleich kommt, ja, wenn es kommt. Man weiß ja nicht, die nehmen ja nicht alles mit rein, aber... W-What are you talking about, Dad? What do you mean, take good care of Mom? You need to get as far away from here as you can. I'm going to fight Majin Bu on my own. No way! We're gonna fight too! The three of us can take him down for sure! Trunks, I haven't given you a single hug since the day you were born, have I? Huh? Oh, das fand ich so, dass die Szene meine ich. What are you doing, Dad? Cut it out! You're embarrassing me! Take care, Drunks. Huh? Why'd you do that? Why'd you hit Drunks? Entschuldigung, das ist so... Oh, Mann. Die Szene ist traurig, nicht lachen. Oh, Mann. Piccolo. You're prepared to die, aren't you? Yes. Oh, nein. Just tell me one thing. Mann, oh. If I die, will I be able to see Kakarot in the other world? I'm afraid not. You've killed too many innocent people. When you die, you'll lose your body and your soul will be carried off to a different world. I see. That's too bad. Now, get out of here. Hurry. Nooo, Boo, no, let you go! Wait, Majin Buu. You're going to have to defeat me first. You got that? Musst du wegen Gurten auch gerade lachen? Ja, das ist geil, oder? Pfff. Ah, you saved me a thing, even though you're weak! I finally know how to get rid of you. Once and for all. Hey! What in the world is Vegeta doing? He's going to get himself killed! For the first time ever, he's finally fighting to protect someone other than himself. Throwing his life away to do it. To make sure you can't put yourself back together, I'm going to blow you into microscopic pieces! Farewell, Bulma. Fonks. Yes. Then you get what? Boah, Vegeta. Das war so ein epischer Moment. Mit Vegeta. Wow. Das zieht gerade durch meinen ganzen Körper, die Szene. Oh, man. Sissi, Natascha, danke schön für dein Follow. Danke, danke. Die Zunge, ey. Ja, die Zunge hat sie jetzt wieder komplett zerstört. I'm going to see, what happened. Okay. Okay. Hallo, Godmice. Überall Kaugummi. Bah. Ja, das ist alles klar. Hat dieser voll den epischen Moment. To prevent that, Vegeta sacrificed himself to blow Majin Buu into a trillion pieces. We were saved by him, of all people. Hmm. Babidi, you're still alive. Guess I'll have to fix that. Don't tell me, Majin Buu's fragments, they're... Majin Buu is still alive. Boo! Boo! Hurry up, and heal me. Mhm! What are you waiting for? Do you want me to seal you up again? No! 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 Oh, 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 gut, gut gemacht, Margin-Boo. That green fool in those two runes have messed with me for the last time. They will learn to fear the great Bobbity and Margin-Boo. Reduce this planet to a desolate hellscape, Margin-Boo. Kill as many of the earthlings as it takes to flush those cretins out of hiding. Who's the best from Godmice? He's not dead? Margin-Boo's not dead? No way. Vegeta sacrificed himself for nothing? It's not safe here on the surface. Get the kids and everyone else to Kami's lookout. Right now! These two are the planet's last chance. As slim as it may be. Ja, TJ, das stimmt. Ich vermisse das auch. Okay. Wie spät ist es eigentlich? Oh. Geht auf die 5 Uhr zu? Na toll. O-O-O вот. H broke her. Uuh. Ja. 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 Ich kann die Energie von Majin-Bü, aber ich kann nicht die Vegetasinie verstehen. Geh mir nicht. Vegetasin nicht hätte sich getötet. Oh nein, ich kann auch nicht die Energie von Gohan sehen. Was ist passiert? Piccolo und Krillin sind beide lebens. Sie sind nicht mehr stone. Okay. Sie sollten wissen, was passiert. Ich bete auf das. Aber wo würden sie sein? Die Kami vielleicht? Die pinke Bedrohung könnte auch Kirby sein. Ey, Super Saiyajin 2! Majin-Bü! Ich wundere, welcher Monster er ist. Ich hoffe, dass alle in Ordnung sind. Das Ding gibt uns viel Energie. Ich kann sagen, das Ding hat viel Energie. Könnte ich jetzt eigentlich auf woanders hin? Könpresso ich verb exterior? Mach-Tig. Die bin euer.